Naja, ist er fast jedenfalls. Okay. Der kommt hier drauf. Dann sind wir wirklich so ein bisschen anheben, dass ich wirklich den Punkt sehe, wo es drin mache. So. So, ein bisschen variieren kann man das dann später noch. Das ist gar kein Problem. Aber in etwa passt es. So. 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 Then. Dann haben wir den hier. der ist hier fest und das und der hier ok ich würde sagen bitte nicht noch mehr drauf das ding was hier unten drin, das weiß ich jetzt schon ich glaube nicht, dass der hier festhängt, das zieht alles so runter das ist hier ok einmal wie soll das denn hier gehen zweimal oh Gott, wir haben noch so viele Blätter hier übrig dreimal ich wusste es so rum so schau mal, was wir uns dem Mühe gegeben haben mit den braunen Fliesen, die sieht man jetzt eh kaum noch die Seite haben wir fertig, das heißt ein Drittel die Seite kommt auch nicht oben, das kommt noch wird noch witzig das wird noch witzig ein paar Teile haben wir hier auch noch vorne und 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 ich denke auch mal, wenn man sich da hier wirklich irgendwo mal einen Pin verbaut kriegt man das gar nicht mehr so richtig rein, irgendwo hakt es dann das war jetzt lahm hier 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 Um zu mal gucken, dass noch alles läuft. Soweit. Das kommt und dann. Sieht gut aus. Der kommt hier drunter. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Der kommt hier in die Mitte, die Blüten liegen so. So. So, etwa kommt das hin. Handy bispa wieder wegen jeden kleinen irgendwas auch immer kommt. Und. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. So. 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 Wo ist denn das jetzt? Wow, 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 warte, Moment. Ich dachte ja schon, das mit dem Hintergrund ist relativ schwierig. Aber das ist natürlich jetzt schon sehr heftig. Okay, das ist der hier oben, der kommt so rum drauf, richtig? Ja, gut. Wo war der? Ich hoffe, dass der hier unten war. Okay, passt. Aber das ist jetzt hier wirklich schon Respekt. Aber ich bin auch froh, dass wir uns wirklich hier langsam dem Ende nähen. Weil das ist schon relativ heftig, was wir hier machen. Muss ich jetzt leider so ganz ehrlich gestehen. Ich habe so nachher ein bisschen Bedenken, wenn wir dann den Rahmen außenrum bauen, dass ich das Ganze irgendwie kaputt reiße, was wir jetzt bauen. Weil ich müsste es halt dann irgendwie rumlegen. Und das wird... ...richtig witzig. ... 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 Okay. Ich finde, ich floh, dass die wir bis so ein bisschen flexibel sind und nicht so starre. Wenn ich es durch habe, zeige ich das Ganze erst mal im Profil. Ähm, aber dazu müssen wir ein bisschen was machen. Ähm, der hier kommt. Hier drunter. Ach, jetzt ja. Das ist der hier. So, und der letzte hier oben drauf. Mal gespannt, wie wir den hier trennen könnten müssen jetzt. Da bin ich echt mal gespannt, wie wir denn jetzt rennen könnten. Okay. Okay. Hier. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Dann muss ich einfach noch ein bisschen runter, sonst komme ich hier nicht drauf. So, ich kann es mal hochheben kurz, gucken, ob ich sitze. Ich sitze nicht. Ich sitze immer noch nicht. Der stört. Ich dachte mir schon, dass es schwierig wird. Nein, ich habe ihn. So, Freunde. So sieht es bis jetzt aus. So. 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 So.